Guck mal, macht er so und dann holt er sofort nach. Aha, er ist wieder. Wieder, oder? Willkommen. Heute Abend kannst du dich von Internet anschauen. Ach, das finde ich doch gar nicht. Hä? Das finde ich doch nicht. Bring mir das morgens ins Dick mit. Du hast doch mal so viele Bilder da auf deiner Seite. Und ich habe hier GPS. Weißt du, wie lange das dauert, bis du einen Bild geladen hast? Du musst zu unserem Hotel auf Parkplatz kommen. Ja. Ja. Aber das war viel gerend. Oh, das war noch. Mach dich doch.